Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder in der BFA Beta unterwegs, nicht Alpha. Und ja, da wurde vor kurzem wieder ein neuer Bild aufgespielt. Und da wurde unter anderem geändert hier diese Azarit-Boni, wie das ganze Interface aussieht. Und das will ich euch einfach mal heute zeigen. Weil das könnte ja auch interessant sein und vielleicht ist das ja mittlerweile auch das finale Fenster, was man dann zu sehen bekommt. Und ja, hier ist es. Ist jetzt mittlerweile so ein runder Kreis. Davor war es von links nach rechts so eine Linie quasi, also billig. Und jetzt sieht das schon ein bisschen professioneller hier aus. Und was haben wir denn hier? Ich bin jetzt ein 120er Mage. Bei euch werden natürlich die Bonis anders aussehen, aber wir gucken uns jetzt hier einfach mal die Mage-Bonis an. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen verändert. Und ja, eure schadenverursachenden Fähigkeiten haben wir eine Chance, einen Spross von Rezan zu rufen, der euer Ziel wild angreift. Und ihm 435 körperlichen Schaden sowie zusätzlich im Verlauf von 12 Sekunden 348 körperlichen Blutungsschaden zufügt. Wow. Nice. Und hier haben wir Griff des Winters. Beim Aufbrochen von Hirnfrost besteht eine Chance von 30 Prozent, dass euer nächster nicht spontaner, innerhalb von 15 Sekunden gewirkter Hagel pro Treffer zusätzlich 1305 Schaden verursacht. Wah. Krass. Ja, ich würde spontan sagen, dass das hier besser ist. Oh wow. Und dann dreht sich das so einmal rein und dann geht's hier oben rein. Haben wir's reingemacht. Edelsteinhaut, wenn their damage greater than 10% of your maximum health, gain 62 avoidance and 206, nee 75 armor for 10 seconds. For 10 seconds. Okay, ja, die wollen das auf Deutsch übersetzen, aber da ist ein kleiner Fehler quasi, aber ja. Ähm, also das sind hier Defensive, merkt man's schon. Und hier immer nochmal, unheimlicher Schutz, eure eisbarriereige, lodernde Barriere und prismatische Barriere absorbieren zusätzlich 404 Schaden. Ähm, nochmal kurz hier lesen. Tja, weiß ich nicht. Ich nehm einfach mal das. Dann haben wir's hier auch drin, ne? Wow. Sick. So, und dann... brauchen wir mittlerweile schon... Wir sind nur Stufe 5 und für den... für die weiteren Sachen brauchen wir dann schon... ne höhere Stufe. Okay. Er fordert Stufe 6 des Herzens von Azeroth. Fragt mich ja, was das dann hier noch ist. Also, das scheint ein bisschen mehr zu geben mittlerweile. Nicht nur 3 Sachen, sondern 5 Sachen. Oder auch mehr, keine Ahnung. Und ja, so sieht es basically aus. Hier haben wir nochmal was Neues. Schmutzige Transfusion. Your damaging abilities have a chance to invoke a tainted swamp. Beneath the target tiffoning. Äh, 4494 health. Dem over 6 Sekunden kaputt. 6 seconds. Okay, da wird also so ein Sumpf oder so unter dem Target gemacht. Und ja. Ist natürlich gut, wenn die stehen bleiben, war. Das nehm ich einfach mal, um zu testen. Ähm, wenn sich innerhalb von 20 Metern keine Gegner befinden, werdet ihr alle 2,8 Sekunden um 193 Gesundheit geheilt. Zück. Teilnahmenslose. Teilnahmensloses Antlitz. Wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr um Trauer und Vermacht zur Gesundheit geheilt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 0,0,0 Sekunden auftreten. Oder eine Minute wahrscheinlich auftreten. Boah. Nehmen wir mal das. Okay, hier das gleiche. Mal kurz was gucken. Okay, hier sind aber auch dann unterschiedliche Sachen. Im Vergleich zum Helm. So, dann. Hier sieht man noch wunderschön aktive Azarit Boni 0 von 3. Also anscheinend, wenn man 120 ist, hat man dann zumindest aktuell nur 3 Azarit Boni verfügbar. Aber da kommen noch mehr dazu, so wie es scheint. Champion von Azaroth. Der Beitrag zum Tod eines Feierens von Azaroth heilt euch um 1816 Gesundheit. Und erhöht eure Vielseitigkeit eine Minute lang um 44. Dieser Effekt ist bis zu zweimal stapelbar. Das ist eigentlich immer ganz gut. Vor allem beim Leveln, würde ich mal sagen. Weil da kannst du einfach mal Big Pulse machen und dann bist du einfach geheilt. Sehr gut für Frostmangier. Ähm, weiser Tod. Während der Kanalisierung von Hervorrufung wird eure... Okay, das ist ein bisschen komisch, weil... Feuer-Mages haben keine Hervorrufen. Wenn mich nicht alles täuscht, also das nehme ich natürlich nicht. Es scheint auch ein Bug zu sein. Ähm, Vampirgeschwindigkeit. Wenn ein Gegner, dem ihr Schaden zugefippt habt, stirbt, werdet ihr um 1816 Gesundheit geheilt. Und eure Geschwindigkeit wird 6 Sekunden lang um 99 erhöht. Und hier haben wir einmal den heilenden Schutz. Quasi das Priders 2.0 von Legion. Das äh... Das Heils-Legendary kennt man ja schon. Verleiht euch alle 30 Sekunden ein Absorbo... Absorbit... Absorbit... Was? Absorbitionsschild? Weiß es nicht Absorbit-Schild? Naja, egal. In Höhe von 65 Schaden hält 30 Sekunden langer. Da nehme ich trotzdem das. Oh wow, hier kann ich das sogar skillen. Okay, also für die Brustreichen anscheinend auch schon nur 5 Stufen. Und ja, das ist dann nochmal das Item Level hier erhöht wird von der Brust um 5. Ähm, also ja, um 5. Vielleicht auch um 10. Vielleicht ist das noch ein Anzeigefehler, weil die hier sind 270 und jetzt das jetzt 280. Also hätte ich gedacht, dass, ähm, die Brust nur 275 wäre. Aber vielleicht war die Brust ja schon vorher 285. Beziehungsweise 275 und jetzt ist die 285. Naja, das ist was ich meine. Whatever. Und ja. Das war eigentlich das neue Azzarit-Interface. Sieht ganz nett aus. Besser als vorher. Und ich hoffe, das ist dann auch mal langsam das Finale. Das würde ich auch ganz hübsch finden. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das Finale ist. Ähm, lasst gerne Bewertungen da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017